Er sagt, die Wahrheit ist, ich wollte nie, dass diese Art von Beziehung mit Kassier anfängt. Und etwas weiter, sie habe ihn erpresst. Und wenn ich das als Frau lese, dann kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Jerome Boateng ist 32 Jahre alt, Fußball-Weltmeister, hat Millionen auf dem Konto, kann sich die besten Anwälte seines Lebens leisten. Und dann wird er von einer 25-jährigen ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin in eine Beziehung gezwungen. Ich möchte noch weiter zitieren, dass er ja, obwohl ich mich auf Kassier eingelassen habe und meiner Ex-Freundin Rebecca untreu wurde, liebte ich meine Ex-Rebecca. Also de facto, er hatte eine Freundin, Rebecca, dann hat er Kassier kennengelernt, hat Rebecca betrogen. Und dann hat die Kassier ihn erpresst und dann hat er sich überlegt, dann probiere ich das doch jetzt mal mit Kassier. Ehrlich, für mich sehr, sehr schwer zu verstehen. Und ich kann nicht beurteilen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber dass sich so ein Mann in eine Beziehung drängen lässt und sich so als Opfer darstellt, ist für mich als Frau sehr, sehr schwierig. Für mich war es vor allem völlig missverständlich, warum ein Sportstar, ein A-Promi, sich dazu hinreißen lässt, sowas so öffentlich jetzt auszutragen. Aber was mich noch viel mehr interessiert, liebe Janina, wie reagiert sie denn jetzt eigentlich darauf? Naja, also sie ist natürlich in erster Linie wahnsinnig geschockt, hat gestern auch sofort reagiert und widerspricht all dem, was er sagt. Sie sagt nämlich, sie hat die Beziehung beendet, weil er untreu gewesen sein soll und weil er die ganze Zeit lügt. Heute Nacht hat sie dann nochmal ein Posting abgesetzt auf Instagram, hat ein Foto von sich und ihm gepostet aus den schönen Tagen, wo sie kuscheln und knutschen. Und darunter stand, der Teufel gibt sein Bestes. Und sie ist auch nicht die Einzige, die sich äußert. Auch Familie und Freunde schreiben im Internet, schreiben, dass sie das Opfer ist. Sie ist auf Lügen, Manipulation und blinde Liebe reingefallen. Und ja, so steht halt natürlich am Ende des Tages auch Aussage gegen Aussage. Und wie gesagt, die richtige Wahrheit, die kennen am Ende nur die beiden. Aber diese Schlammschlacht kann keine Soap-Opera besser schreiben. Das muss man hier einfach mal ganz klar so sagen. Was ich sagen kann, was mich sehr wundert ist, dass Cassia zum Beispiel hat ein Tattoo. Hier direkt unter der Brust. Und auf diesem Tattoo steht Jerome. Aber nicht nur sie hat ein Tattoo, sondern auch er hat ein Überbleibsel der Beziehung auf der Haut. Nämlich gibt es bei Instagram ein Video, das zeigt, wie Cassia ihn filmt und dann sich filmt. Und es ist genau zu erkennen, dass beide fast identisch das gleiche Tribal-Tattoo hier an der Seite haben, hinter dem Ohr. Und dann frage ich mich natürlich ein bisschen, hm, mache ich mir, wenn ich doch eigentlich mit jemandem gar nicht zusammen sein möchte und eigentlich meine Ex-Freundin liebe und mir bewusst bin, dass ich meine Familie im Stich gelassen habe, mache ich mir dann ein Tattoo, ein Liebestattoo, es sieht aus wie ein Liebestattoo, mit der Frau, von der ich eigentlich erpresst werde und die mir droht, dass sie meine Karriere zerstört. Da kann sich jetzt, glaube ich, jeder, es war ein kleiner Denkanstoß und jeder darf sich jetzt selber seinen Teil dazu denken. Ich habe hier auch nochmal in voller Blüte, habe ich hier jetzt nochmal Cassia mit ihrem Jerome-Tattoo. Das Liebestattoo hier haben wir ja gerade gesehen, worüber du gesprochen hast. Und hier haben wir jetzt einmal Cassia in voller Blüte mit dem Jerome-Tattoo. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.